Ah, ich hab ihn, ich hab ihn, den Schlüssel der Macht. So, jetzt hier auch Herr damit, ah, verf*** ich bin überladen. Ja, was machen wir denn jetzt da? Das ist jetzt nur kacke hier, dass ich immer noch die Schrottie bei habe. Hä? Oh, das kann ich auch nicht fallen lassen. Ich kann mich auch da weiter bewegen. Ach, Mann. Batterie. Wiss ich, das ist so. So. Okay. So, quick save. Mach ich bestimmt nicht ein drittes Mal. Jetzt mach ich sie da unten platt. Ich brauch sie genug zu... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. sie wäre ich doch irgendwie was ich ein versteck oder so ich glaube mit den reisen kann man nicht ja alle sind da haben wir im typ namens mcp gesehen toll jetzt ist es oh nein nein nee 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 das darf nicht wahr sein weil dieser affe weitergegangen ist und ich kann es jetzt nicht noch mal nachfahren hallo ich habe recht gewusst dass es ein volltrottel ist ich weiß wo ist er heißt es auch anders spielt auch noch eine große rolle es ist Zeit es war schon wieder ich schaffe echt gar nichts das haben wir großartig jetzt gemacht mit Dantenei Kielze das war es auch schon im Mund naja da verabschiede ich mich und ich hoffe ihr seid wieder bei den bei der nächsten aufnahme dabei beim let's play stalker kf prepared